Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 59.400 US-Dollar. Wir haben eine größere Seitwärtsbewegung in den letzten Tagen, also ohne signifikante Bewegungen. Deswegen gab es gestern auch kein Update-Video, weil sich der Markt eigentlich nicht wirklich bewegt. Das Einzige, was wir hinkriegen momentan, ist diese kleiner werdende Range, inklusive tieferen Hochs bzw. höheren Tiefs momentan. Das heißt, wir sind hier momentan eher so in der Bildung von einem potenziellen Dreieck bzw. haben hier oben auch eine leichte Bearish Divergence. Wo es jetzt hingeht, das hören wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer an. Wir werden uns die Ethereum angucken, wir werden uns Gold und natürlich auch die Forex-Charts ein bisschen genauer angucken. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir hier noch starten, lasst dem Video schon mal gerne einen Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne auch einen Kommentar mit eurer BingX-User-ID unten dalassen oder generell einen Kommentar, um den Album ein bisschen zu pushen. Und wer Bock hat, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Dort kriegt ihr immer die aktuellsten Infos, wenn sich irgendwas tut oder ich in irgendwelche Trades oder sonstiges reingehe. Wenn ihr eine Börse sucht, BingX-Link unten in der Videobeschreibung. Einfach kostenlos anmelden, dann seid ihr dabei und könnt auch jede Woche ein paar Boni gewinnen. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 59.400 US-Dollar. Wir waren gestern bzw. vorgestern mal zwischenzeitlich bei 61.400 US-Dollar. Daraufhin aber vom Volumentechnischen her jetzt keine wirklichen sonderlichen großen Ausschläge nach oben oder unten. Wir haben eine leichte Bearish Divergence gehabt, deswegen dieser leichte Abverkauf nach unten hin gestern. Aber wir haben auch kein tieferes Tiefgebild. Das heißt, momentan halten wir uns hier eher so in einer Art Triangle fest. Hatten wir auch lange nicht mehr in so einer Konsolidierung. Mal schauen, wir haben Zeit bis ungefähr Samstag, bis hier ein Breakout stattfinden könnte. Und das ist momentan auch alles, was es so wirklich bei Bitcoin momentan zu sagen gibt. Wir sind einfach momentan in einer enger werdenden Range. Das Dreieck bildet sich. Wir haben Optionen nach oben und nach unten. Trade-technisch ist das für mich absolute No-Trade-Zone. Das heißt, ich würde hier einfach in überhaupt nicht einen Trade reingehen. Für mich sind zwei Dinge eigentlich momentan eher so die entscheidenden Faktoren. Das ist einmal hier oben die knapp 63.000 bzw. 64.000 US-Dollar-Marke hier oben mit unserer Supply, also Widerstandszone. Hier oben auch schon trade-technisch schon mal eingezeichnet. Oder nach unten hin. Das wäre dann bearischer Ausbruch nach unten hin in Richtung Golden Pocket bei 54.000 bzw. 53.000 US-Dollar. Das wäre mir momentan ehrlich gesagt ein bisschen lieber. Das habe ich ja schon im letzten Video gesagt. Wenn wir erst hier runter gehen würden, dann die Liquidität nach oben hin abgrasen würden. Je nachdem Richtung 64.000, 65.000 und dann nochmal eben diesen größeren Abverkauf in Richtung 48.000 oder sogar 45.000 US-Dollar sehen. Das ist so mein Primärszenario. Welcher Move zuerst kommt, ist mir mal auf Deutsch gesagt völlig Wurst. Hauptsache es kommt jetzt mal Bewegung, ob wir jetzt zuerst nach oben hingehen und dann eben danach diesen Abverkauf nochmal sehen nach unten hin. Völlig Wurst. Hauptsache es kommt mal Bewegung. Aber das ist momentan einfach so, wo wir erstmal raus müssen. Wir müssen aus dieser Range, wir müssen aus diesem Dreieck hinaus. Die Zahlen gestern in der EU waren relativ human, sag ich mal Inflation leicht eingestiegen im Gegensatz zum Vormonat. Hat keine Auswirkungen gehabt und ansonsten tut sich hier auch wenig. Je nachdem, was wir zuerst machen, so können wir uns orientieren und so wird auch dann unser Trade im Endeffekt aussehen. Oben Short, unten Long. Das sind die Szenarien jetzt erstmal, die wir einfach beide haben. Hier alles was dazwischen ist, zwischen diesen, man kann es eigentlich ganz gut hier zwischen diesen Pivot sagen, zwischen Pivot und Pivot S1. Da ist einfach für mich No-Go-Area. Hier geht einfach nichts momentan, muss man ehrlicherweise sagen. Gleiches Spiel bei Ethereum, nur dass wir hier kein Dreieck bilden, sondern einfach eine immer enger werdende Range. Auch hier gleiches Spiel, entweder nach oben, auch hier die Widerstände S1 bzw. S2, das sind so die Anziehungspunkte, auf die es ankommt. Und das ist eigentlich so unsere grobe Range, die sich hier momentan im Kryptomarkt gebildet hat. Also auch hier keine wirklichen Auswirkungen. Und wenn wir uns mal die Bitcoin-Dominance angucken, auch hier sehen wir absolute Seitwärtsphase derzeit. Also es gibt keine Bewegung derzeit im Kryptomarkt so wirklich. Nicht mal die Altcoins bewegen sich richtig. Also auch hier eher mehr Seitwärtsphase als Erholung. Auch keine Altcoin-Season oder sonstiges. Wir traden hier um die 57%. Keine signifikante Bewegung, auch wenn wir uns das mal auf dem Daily angucken bei der Bitcoin-Dominance. Keine wirkliche Bewegung. Wir könnten hier natürlich schön mal einen Abverkauf sehen. Wird sich dann zeigen, ob wir hier nochmal runtergehen. Das wäre bei einem bullischen Ausblick, sage ich mal bei 65k, dass die Altcoins dann ein bisschen nachziehen. Und dann, dass wir, wenn wir diesen größeren Crash nochmal kriegen, dann die Bitcoin-Dominance nochmal anzieht. Und dann möglicherweise irgendwann mal eine Altcoin-Season sehen. Aber momentan ist das einfach hier viel, viel zu bullish, muss man ehrlicherweise sagen. Gehen wir rüber zu Gold. Hier, unser Short-Trade läuft zwar noch, aber sieht ehrlich gesagt momentan nicht so wirklich gut aus. Also wir bewegen uns hier weiterhin nach oben. Ich hoffe trotzdem noch, dass dieser Abverkauf hier trotzdem noch reinkommt. Warten wir mal ab, weil die anderen Trades laufen auch momentan ehrlich gesagt nicht so wirklich gut. Sollten wir jetzt hier noch ein bisschen rumeiern oder dann nochmal auf Entry hier unten auf 2500 US-Dollar kommen, dann werde ich wahrscheinlich den Trader nochmal schließen. Aber da werde ich euch auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe nochmal Bescheid geben. Ansonsten müssen wir hier erstmal unser Fit-Level anpassen nach unten hin. Da sehen wir dann auch schon. Golden Pocket würde dann schon bei 2481 liegen. Das heißt, hier wäre dann auch der erste Take-Profit meiner Meinung nach, den wir dann am sinnvollsten dann triggern sollten. Ansonsten werde ich es mir dann überlegen, sollten wir hier nochmal auf Entry kommen, ob wir dann den Trade einfach noch einmal schließen. DAX-Trade, keine Veränderung. Wir haben jetzt hier den Pivot erreicht, also diesen Monats-Pivot. Gar nicht so verkehrt, Position wurde ja verdoppelt. Schauen wir jetzt mal, wie der weitergeht. Aber hier ehrlich gesagt sehr, sehr wenig Bewegung. Gut, dass wir den Trade erst hier oben, dann sage ich mal, verdoppelt haben. Hier bei den 18.250 oder 60, weil im Endeffekt war es jetzt besser so, weil der Pivot nochmal erreicht wurde. Ansonsten hoffe ich dann auch hier, dass wir jetzt mal hier ein bisschen zumindest eine Runde rückwärts drehen, beziehungsweise nach unten hin dran drehen. Das könnte meiner Meinung nach auch endlich mal passieren, wenn wir uns den DXY mal angucken. Also komplett am Boden. Ihr könnt euch noch daran erinnern, das Video von gestern, das war so das Potenzial. Ich gehe mal ganz kurz auf den Daily-Time-Film. Das war das Potenzial, wo ich ausgemacht habe, dass wir hier nochmal runtergehen könnten auf die 101,324-Ineffizienz. Die hat er jetzt auch wirklich perfekt hier unten abgeholt. Und das ist jetzt auch für mich, sage ich mal, der letzte Wendepunkt für den DXY, dass wir hier mal ein bisschen bullischer werden. Nachdem die Zahlen gestern in der EU jetzt nicht wirklich verwerflich waren, ist der Euro nochmal deutlich angestiegen. Da gehen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber trotzdem könnte das jetzt mal hier beim DXY hoffentlich für ein kleines Reversal sorgen. Zumindest mal, wenn wir uns das FIP-Level hier mal ganz kurz ziehen, dass wir hier diese Erholung in Richtung 102 oder sowas kriegen. Und das heißt, das würde dann auch für Gold möglicherweise auch mal so einen kleinen Rückschritt bedeuten, beziehungsweise auch für die kompletten DAX, dass wir hier mal ein bisschen runtergehen. Die DXY mal ein bisschen drauf, aber das wird sich dann im Laufe des heutigen Tages zeigen. Aber Dollar sieht übergeordnet, überhaupt nicht bullisch aus. Das war es nämlich ehrlich gesagt ein bisschen wunderbar, so kurz vor den Wahlen, ob man das so stehen lassen darf, möchte. Wird sich dann nochmal ein bisschen zeigen. Ansonsten, last but not least, Eurotrade ist jetzt ausgestoppt. Der ist ordentlich nach oben hingeschossen. Also seit langem mal wieder viel Trade jetzt hier gehabt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber gut, passiert. Wir waren sogar hier in Richtung 1,11,3. Bei Short Entry würde ich jetzt erstmal warten, wie sich das DXY schlägt. Also einerseits natürlich habe ich euch ja gerade gezeigt, wer jetzt ein Reversal angebracht. Jetzt aber hier schon wieder gleich den nächsten Short reinzumachen, nur weil der eine ausgestoppt ist, ist überhaupt nicht meine Art. Auch hier gucken wir mal auf den Daily, was ist hier noch möglich. Wir haben jetzt zumindest mal hier noch die Möglichkeit in Richtung 1,11,4 hoch zu gehen. Das ist eigentlich so dieses letzte Top, was wir hier oben noch hatten. Wir haben auch hier noch eine kleine Ineffizienz. Die können wir vielleicht noch gerade mit dazu nehmen. Also 1,11,7, 1,11,4. Das ist jetzt erstmal so die Hochkante. Das würde auch gut zum DXY passen. Höher sollte er ehrlich gesagt langsam nicht mehr. Warum das ganze Ding so bullisch ist, frage ich mich generell. Aber gut, wir haben schwachen US-Dollar. Natürlich ziehen dann andere Währungen an. Aber sobald der Dollar hier wieder etwas verstärkt reinkommt, werde ich auch hier mit einem ordentlichen Crash dann mal rechnen. Ansonsten, wie gesagt, die Märkte relativ ruhig. Wir müssen einfach abwarten, bis die Range hier verlassen wird. Beziehungsweise bis sich hier überhaupt mal irgendwas tut. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns auf jeden Fall dann morgen wieder zu einem normalen Update. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.